Hi, mein Name ist Timo Weschle, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Auf diesem Kanal gibt es Tipps, Tricks und Insights für bessere Storytelling, Personal Branding und Videomarketing. In diesem Setting gebe ich dir immer Insights über Sachen, die mich aktuell gerade beschäftigen und wo ich denke, dass es dir einen Mehrwert bringt. Aktuell bin ich ja auf der Suche nach neuen Menschen für Court Media. Zwischenzeitlich hatte ich 13 Angestellte, bin hier ein bisschen zurückgefahren auf 7 und suche dort wirklich einfach die Besten. Und dort ist mir aufgefallen, dass ich immer wieder von meinem Führungsstil erzähle. Ich nenne ihn die Weide und was es damit auf sich hat und wie dieser Führungsstil funktioniert. Und ich sage dir, er ist großartig für Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter, aber auch für dich als Chef. Das möchte ich dir sehr gern mit auf den Weg geben. Zuerst aber kurz mein Intro. Mein Führungsstil nenne ich die Weide. Es ist ein schönes Bild. Storytelling arbeitet ja immer mit Bildern. Und hier kommt die Story zur Weide. Meine Weide, die heißt Court Media, hat wahnsinnig viele Möglichkeiten, wo man sich vertun kann, wo man sich einbringen kann. Also man kann sich wirklich eine große Weide vorstellen. Und in dieser Weide kann man anfragen, ob man da dabei sein darf, kann oder einfach mitmachen kann. Ich als Chef mit meinen Kontakten, mit der Mund-zu-Mund-Propaganda, mit dem ganzen Branding und meinen Social-Media-Aktivitäten, ich schaue, dass das Gras immer wieder schön nachwächst. Dass immer wieder neue, ich nenne sie Lehmklumpen, auf diese Weide kommen. Alle, die da sind, können auf dieser Wiese grasen und können mit diesen Bällen und all diesen Dingen, die ich und meine Kunden zu uns auf die Weide bringen, können mit dem spielen, können Sachen kreieren. Der Auslauf, der ist weit. Natürlich weiß ich immer, wo wer ist, wer was gerade am Tun ist. Aber ob er oder sie jetzt gerade in der einen Ecke das Gefühl hat, dass ihre Ressourcenallokation, denn für die ist sie selber verantwortlich, dass es dort am gescheitesten ist, wenn sie jetzt dort schaut, dass da das gemacht ist und nachher später wieder zurückkommt, da haben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine sehr große Autonomie. Sie wissen, was zu tun ist. Sie wissen, dass dieses Gras, das immer wieder zum Nachwachsen gebracht wird, auch dementsprechend gemäht werden muss und dass mit diesen Dingen die Kunden und auch ich auf diese Weiden bringe, dass dort kreative, schöne, vor allem aber auch nützliche und effiziente Produktionen, Konzepte und so weiter und so fort entstehen sollen. Dies fördert zum einen die Selbstbestimmung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie fühlen sich wirklich auch verantwortlich. Sie müssen mitdenken, weil es wird ja nicht alles vorkreu, wie man würde sagen in Schweizerdeutsch, sondern sie müssen selber aktiv werden. Sie müssen selber wissen, wann es für sie Zeit ist, zu rapportieren und eben dann auch wieder zu gehen und wirklich auch dort Gas zu geben. Das gibt mir eine große Autonomie, das gibt Ihnen eine große Autonomie, das gibt einen maximalen Output und eine maximale Zufriedenheit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch von den Kunden. Ich frage mich auch oft, was ist es denn, was Menschen brauchen? Ist es führen, lenken oder leiten? Frag dich das mal selber oder sag es mir unten in der Beschreibung, was ist dir am liebsten? Es gibt nämlich ganz viele, die wollen gerne geführt werden oder sie würden gerne geführt werden wollen, weil so viel denken muss man dann ja nicht mehr. Man kann nur hinterherlaufen, dem großen Führer. Leiten habe ich bei den Pfadfindern schon genug gemacht. Wirklich, Fanlein, Fieselschweif, hier, mir nach. Ich für meinen Teil in meiner Firma Corp Media, dort möchte ich weder führen noch leiten, sondern eigentlich will ich lenken. Was ist der Unterschied zwischen führen, leiten und lenken? Für mich ist lenken, dass man nicht davor steht, dass man auch nicht zieht, sondern dass man dahinter ist, dass man ihnen den Rücken stärkt, dass man ihnen den Rücken frei behält und dass man sie minimalinvasiv mit sehr viel Empathie natürlich auch in die richtige Richtung lenkt, dass man ihnen zeigt, in welche Richtung man selber gerne gehen würde und sie so heranführen, dass sie selber die Schritte gehen. Und auch das passt wieder zu dieser Weide, wo sie selber gehen können, müssen und auch dürfen und deswegen wollen. Und ich sage, guck, wenn du hier ein bisschen mehr, bist du vielleicht noch ein bisschen effizienter. Oder wenn du so, dann wäre das doch noch ein Input oder Impuls für noch etwas mehr. Oftmals ist dieses Lenken ein Impulse geben, ein Weiterbringen, ein Andersdenken, somit, dass wieder Steine aus dem Weg geräumt werden. Und zu guter Letzt, eines meiner Lieblingsworte, und das spricht sich so schön aus und es geht wie Butter über die Lippen, weiß nicht, ob du das Wort kennst, es nennt sich Meandrieren. Meandrieren ist vom Gedanken her wirklich was sehr, sehr Tolles. Ein Fluss meandriert. Er sucht sich seinen Weg durch die Unebenheiten. Das Gegenteil davon ist, wenn man einen Fluss einbetoniert und ihn gerade macht, wie zum Beispiel zwischen Chur und Zürich, hat es ganz lange Stücke, wo wirklich eigentlich der Fluss eingepfercht wurde. Wenn man den Fluss, wenn man diesem einen freien Life lässt, dann meandriert der ganz logisch. Und so ist das auch bei Kundinnen und Kunden, weil auch bei ihnen meandrieren Gedanken, Aufträge, Ansichten, Budgets und so weiter und so fort. Und je mehr, dass man in seiner Unternehmenskultur und eben auch so einer Weide und anderen Metaphern, die man hier ins Feld führen könnte, dass man auch ein Meandrieren zulässt. Dass man nicht vom Weg abkommt, weil der Weg ist die Richtung. Man muss wissen, in welche Richtung das geht. Aber dass es da halt einfach auch nach links und rechts geht und das auch zulässt, das gibt ganz eine große Akzeptanz von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Und sie sind sehr dankbar dafür, wenn man sie auch ein bisschen in ihren Eigenheiten auch lässt. Denn jeder hat einen anderen Weg, wie er oder sie zum Ziel kommt. Dass es schnell gehen muss, das ist wohl selbstverständlich. Wenn man sie also alleine losziehen lässt, auf dieser Weide, in den Barrieren, beziehungsweise in den Schranken, die es logischerweise notabene gibt, dann steigert das die intrinsische Motivation. Sie wollen dann wirklich auch was Tolles machen, wenn man ihnen schon so viel Freiheit lässt. Und sind dann eben auch stolz, wenn es dann wirklich auch toll rauskommt, was sie eben gerade angepackt haben. Und genau diese Dankbarkeit, die sie dann auch erhalten, auf ihrem wirklich großartigen Einsatz, das kommt wiederum als Dankbarkeit zurück. Und so gibt das eine Aufwärtsspirale, die allen gut tut und natürlich sich auch in den Produktionen und den Ergebnissen und eben dann auch der Kundenzufriedenheit niederschlägt. Vielleicht hört ihr es, die Glocke läutet, eventuell ist das ein Zeichen, dass jetzt diese Episode zu Ende sein sollte. In diesem Sinne bedanke ich mich sehr herzlich und ich hoffe, ich konnte dir was mit auf den Weg geben. Wenn du mir was mit auf den Weg geben möchtest, dann gib mir doch ein Subscribe, ein Thumbs up und ein Kommentar. Ich würde mich wahnsinnig darüber freuen, mit dir zu sprechen beziehungsweise von dir zu hören, wie du diese Ansicht, diese Gedanken, diesen Führungsstil, wie der dir gefällt. Wenn ich etwas für dich tun kann, bin ich jederzeit gerne für dich da und freue dich schon auf die nächste Episode, denn es kommen noch einige mehr. Bis dann. Ciao, ciao. .